Sollen wir machen? Machen wir. Gut, dann geh ich schon mal da hin. Ich war ja schon in der schwarzen Zitadelle. Ach ja. Ach ja, ich hab ja alle Städte erkundet, ne? Da war ja was. Da war ja was. Oh ja. Ich bin allerdings noch nicht in der schwarzen Zitadelle, deswegen reise ich erst nach Löwenstein. Also über die Hetzenebel. Nein. Oh. Das dauert mir zu lange. Stimmt, dann musst du zweimal laden. Genau, dann musst du zweimal laden. Deswegen hab ich mir das abgewürzt. Alles klar. Das 40er Buch kaufen. Das kann man auch vorher schon kaufen, ne? Wie man hat gesagt, du hast jetzt drei Gold, ne? Ja. Das ist schon hart an der Grenze, ne? Ja, drei Gold brauchst du für das 40er und 60er Buch, wenn du beide kaufst. Ja, genau. So wie ich das gerne mache. Muss. Machen. Muss. Ja, echt? Holst du mir beide mal anfangen, oder was? Nee, das hab ich mit meinem Wächter, mit meinem Messmer so tun müssen. Ach so. Ich kenne eine Person, die stellt sich dabei noch an, obwohl es ja schon acht Gold hat. Ja. Am liebsten würde diese Person auch nicht reisen, sondern alles zu Fuß laufen, weil es billiger ist. In der Stadt ist es kostenlos. Ja, stimmt. Das ist ganz wichtig. Ich stehe, wenn ich Langeweile habe und mein Geld verpressen will, stelle ich mich neben den Wegmarkt und reiße da immer wieder hin und gebe ein Silber aus. Äh, ganz am Anfang, ne? Als ich gemerkt habe, das kostet was. Dann habe ich immer erst die, die allernächste Wegmarke zur nächsten Stadt genommen. Und dann habe ich mich innerhalb der Stadt wieder weiterzimportiert. Ach Gott, nee, Leute. Das ist ein Sparfuchs. Du bist so behindert, ey. Ich kaufe mir mal eben das 40er Buch. Alles klar, hol mir auch eins, bitte. Kann ich nicht. Die sind da echt zähengebunden, ne? Ähm. Ah, ich lauf dran vorbei. Haben wir ja direkt. Erstens das. Nee, ich kann einfach nicht ein Elementarmagier-Ding holen. Ach so, habe ich nicht probiert, ob das irgendwie klappt. Soll ich mal machen? Ich habe es aber jetzt schon geholt, ne? Ich spüre keine Elementarkraft in euch. Sucht euch einen Trainer, der eure Fertigkeiten entspricht. Ach so. Gut, ich habe mein 40er. Ja, gut, war ein bisschen teuer. Oh, hier hat jemand Kobalt gepostet. Wie würde das denn an meinem Valdi aussehen? Hm, cool. Kobalt. Kobalt. Hm. Kommst du? Ja, ich lauf gerade durch die City. Ich frage mich, ach so, du bist ja schon bei der Wegmarke. Mustergründe, okay. Oh ja, jetzt habe ich nur noch 41 Gold, ey. Scheiße. Ja, ich habe letztens ein bisschen was ausgegeben. Ich war wieder unter 40. Aha. Bisschen paar Berufe gemacht. Weißt du, ich habe mir hier diese ganzen 300er Handwerksmaterialien, die du für die Inschriften brauchst, habe ich mir von jedem 50 Stück gekauft. Das hat immer so an die 40 Silber gekostet oder wieviel auch immer. Oder mehr. Ich dachte, die kann ich ja machen. Und ich bin nicht auf 400 gekommen mit Schneider, sondern nur auf 389. Und Waffenschmied ist auf 394. Ich bin jetzt mit Rüstungsschmied, glaube ich, auf 400 gekommen, immerhin ohne noch was dazu zu kaufen. Ja, danke, danke. Das Problem wird auch sein, mit meinem Wächter-Waffenschmied auf 450 zu kommen, dass er diese scheiß Blutsteinstaub und aufgestiegene Fragmente nutzen kann. Aber auch aus dem Grund, weil ich nicht so viel Orekalikum habe. Wenigstens bist du schon mal im Gebiet und wir haben, naja, egal. Ihr könnt euch ja mal ansehen, ergötzen. Ja, an meinem hier. Wirst du die Bittelfield 4 kaufen? Wahrscheinlich, ja. Ich habe schon auf der Arbeit gesagt, ja, ich spiele jetzt mal die Beta. Aber eigentlich steht schon fest, dass ich jetzt kaufe. Ja, ja. Ich habe ja Battlefield 3 auch gespielt, mit Premium ja sogar. Ungefähr gute 20 Stunden innerhalb eines Jahres. Echt? 20 Stunden hast du nur gespielt? Ja. Ja. Du bist ja in den Ball. Ja. Haha. Okay, dann hast du jetzt anscheinend nicht geschaltet. Doch, das ist die ADH-Gilde gewesen. Ich bin Imba-Haha? Ja. Nein. Oder nicht. Nein, ich bin Imba-Haha war der behältliche Charakter von Yannick. Ach, da gab es auch einen, ja. Na, ach ja, ne. Aber da gab es auch ein ADH-Gilde, oder nicht? Pff, keine Ahnung, ich gucke erstmal, wo wir gerade hinlaufen. Einfach nach oben zum Fertigkeitspunkt. Oh, nee, lass hier hin, die Angriffswellen. Lass hier auf die Angriffswellen gehen. What? Nein, das ist das. Da, ne. Pff, hast du diesen schönen geraden Strich gesehen? Nein. Boah, wie ich einfach rein botze, ey. Boom, boom. Boom, 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 boom. Boom, I want you in my room. Let's spend this night together. From now until... Oh, ihr werdet erfolgreich. Gold. Gold. Na gut, dann machen wir die Quest jetzt fertig. Okay. Hm. Das ist voll cool und so. Oh. Was kann man denn hier mitmachen mit der Schmiede? Ich hab die bis jetzt noch nie benutzt, dieses Schmiede. Es wäre ja merkwürdig, wenn man damit schmieden könnte. Ja, ne. Geht aber nicht. Ja. Es wäre ja merkwürdig, wenn man damit schmieden könnte. Ja, ne. Voll behindert oder so. Welchen Gilden? Gibt dir bei den anderen Charakteren eine Gilde angezeigt? Weil es ist momentan anscheinend ein Bug oder was auch immer, dass die Gilde nie angezeigt wird. Hm? Echt? Komm mal rüber. Ja, also bei allen anderen, die ich hier sehe, die haben keine Gilde. Ja, bei dir wahrscheinlich schon hier oder was auch immer, aber... Ja, du hast eine. Da bin ich ja froh, dass ich nicht gildenlos bin. Ja. Fertig. Ich kann einfach besser AOE machen als du, anscheinend. Ja, meine AOE dauert ein bisschen, das ist nicht ganz so präzise. Wir... Boah, ich habe eine junge Hyäne, die zähme ich erst mal. Zack. Oh. Einen jungen Raum habe ich auch noch. Schon mitgekriegt. Ab morgen ist auch der Zwielichgarten passiert da was Neues, da kommt ein Update rein. Ah, cool. Und wahrscheinlich ist dann auch irgendwas mit Eventmäßiges drin und da kannst du wieder Achievements farben, so wie immer dann also, wenn irgendwas Neues reinkommt. Alle zwei Wochen kommt ja was Neues rein. Und hier riecht es nach Pfannkuchen. Boah, ich habe fünf winzige Ritualtaschen. Boah, geil. Hier riecht es echt nach Pfannkuchen oder so. Für zwei. Was? Zwei winzige Ritualtaschen. Oh, du tust mir leid. Das Pfannkuchen oder was? Oh ja. Ne, keine Ahnung, hier riecht es nach Pfannkuchen. Willst du hier nicht sammeln oder was? Oh ja, ist gleich. Chilischoten und Sesamkörner. Oh, ah ja, hier ist Fälligkeit. Ach, den hast du schon angesprochen gerade. Genau. Du hast nicht angesprochen. Der hat angefeiktet. Oh ja. Feikt. Feikt. Ja, komm. Das Event machen wir auch noch hier ein bisschen. Wir nehmen alles mit, wo wir Erfahrungspunkte für kriegen können. Echt? Auch für so ein Drecks- Drecks-Event? Ja. Auch dieses hier. So ein Sammel-Event hast du dich ja, ne? Ja. Aber das geht. Jetzt sind, ey. Ja, total. Ich könnte auch jedes Mal bei kotzen. Oh nein, nicht auf meiner Seite. Was ist denn das hier für Kack-Kanonenkugeln, ey? Keine Ahnung, sehen verboten hässlich aus. Vor allem, wieso zurückholen? Dann sollen sie gar nicht erst wegschießen. Ja. So. Fertig. Keine Abtackeln. Weißt du, die haben sie doch gar nicht abgeschossen. Die wurden doch von den Skrids geklaut. Achso. Hol ich keine von den Skrids zurück. Achso. Ja, ich dachte, von den Skrids, weißt du, deren ihr Kanonenkugeln. Aha. Okay. Ja. Aber es hat sich als merkwürdig erwiesen, dass sie Skrids-Kanonenkugeln haben. Ja. Lass mir das Thema. Okay. Ja? Okay. Ja. Schwarze Pfefferkörner. Aber mir, bla bla bla. Ich brauche immer noch grüne Holzblöcke und was auch immer und Chilischoten und so, damit ich meinen Kochmann und sowas alles weiterbringen kann hier. Ich habe Silber bekommen, und du? Bronze. Ha. Hier ist ein Event. Bei der Quest hier. Was machen? Komm ran. So, das ist noch dick ab hier. Ich auch. Hast du das Event hier heute gestartet? Das Event hat noch 4 Minuten 20. Und wir müssen, ja, keine Ahnung, kennt das hier Event halt, ne? Und hier liegt schon irgendein Spielertod. Und ein Lappen. Irgendein Lappen. Eieieiei. Das habe ich mir jetzt voll angewöhnt. Was? Eieieiei. Boah, hier sind Rattenfallen, die mache ich auch noch eben hier so und so. Ich kann auch einfach Ratten töten. Das bringt auch was. Da kannst du auch die Char hier töten. Ja, das mache ich auch. Oh, das wird zu easy. Stimmt. Wenn wir Quest fertig haben, können wir abholen, haben wir eh schon Gold anbekommen. Adrenalin steigt an. Ist einfach so. Ich bin nämlich jetzt schon fertig. Boah, dieses Gebiet bringt so viel Geld ein, das glaubst du gar nicht. Ja? Nein. Da habe ich ja schon wieder fünf Ritualtaschen. Wenn auch diese Drops der Level abhängig wären, die da rauskommen, aber nein. Warum auch so Level fertig, lass abhauen. Chill. Ne. Hier ist Gas heute. Steht nicht. Ich brauche dich noch hier fürs LPT. Okay. Wäre es jetzt zwar von alleine nie draufgekommen, aber ist halt so. Das wäre ja höhere Mathematik, ey. Mathematik, Mathematik über die Mathematik. Kann man hier ins Wasser springen? Nee, ne? Nein, das sind flach. Weißt du was? Warte noch kurz. Ich probiere es. Ich habe es überlebt. Ich bin aber noch gesprungen. Ja, ja. Mach ruhig. Ich quesse schon mal hier so ein bisschen. Kann man Flusslinfwimmer auch töten? Ja, das ging glaube ich auch. Ja, Flusslinfwimmer kann man töten. Boah, geil. Ich halte mir so langsam an, ey. Ja, das stimmt. Das ist echt scheiße, aber Eli. Oh ja. Aber das ist mit einem Wächter und einem Großschwert genauso. Ja, da kann man, wenn du die anderen zu wissen hast, geht es schneller. Aber hier geht ja alles langsam. Das stimmt. Deswegen habe ich noch kein Ehle. Asura Ehle mache ich mir. Und ein Norn Inge und ein Sulvari Krieger. Warum Sulvari Krieger? Keine Ahnung, ich finde es lustig. Also so ein Asura Krieger, wie manch andere den Spielen nie im Leben. Das Ding kannst du einmal umpusten. Das stimmt. Ja. Scheiß Asura, voll pottenässlich und so. Bist du auch so müde wie ich? Äh, stopp. Ach nee, du hast ja eine Sitzetätigkeit, bis vom Kickern abgesehen. Ja. Musst du üben, dass du gegen mich weiterhin gewinnst, ne? Voll spöttisch hier. Aber dein Kicker ist jetzt schwerer, den stehen zu lassen beim Spielen. Mein Vater hat das Ding letztens, wie gesagt, ein bisschen geölt, ne? Alter, die Dinger bewegen sich ja von alleine. Quasi. Das ist doch, ist doch normal. Nee, ich brauche der Widerstand. Sonst fühle ich mich damit nicht wohl. Ich brauche was Hartes, was so ein bisschen reibt. Okay, da war schlecht. Hast du euch den Erfahrungsboost reingehauen, den du von bekommen hast? Nein. Warte mal den Erfahrungsboost rein. Oh, heil. Nee, nix, oh, ey. Ist nicht. Wir machen es normalerweise für bessere Momente auf. Ja, pff. Das Ding hält eine Stunde. So, dann können wir hier spielen. Guck mal, selbst das bringt noch was, hier diesen Käfig zu öffnen. Für die andere Quelle. Ach, du bist mit der Eingress noch gar nicht fertig. Ach doch, aber ich wusste nicht. Habe ich nicht mitbekommen, einfach. Ach so. Deswegen, wollte ich noch mal kurz. Na. Okay, ja. Ich gehe hier einfach straight gerade durch. Ich habe irgendwas noch. Gold, ach genau, Gold, weil das eine Event da, wo wir was verteidigen mussten. Pff, keine Ahnung. Ich gehe jetzt straight durch. Ich achte einfach auf gar nichts mehr. Oder wie auch immer mir folgt. Oder... Pff. Ich lauf einfach. Stell dir vor, du müsstest mitlaufen. Und wenn du die Quest noch nicht fertig hast, nachher für so 1, 2 mm nochmal wieder da hinlaufen. Na, nein. Auf keinen Fall. So, Stufenaufstieg habe ich auch noch fertig. Daily hat jetzt schon 6 von 5. Geil. Oha. Erstmal Bäume fällen, wa? Geil. Geil. Kelle. Kelle. Hey, 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 hey. Hast du schon mal Fable 3 gespielt? Nein. Ich auch noch nicht, aber ich habe sie liegen. Und installiert. Und ist das Folgeprojekt von Guild Wars. Ja? Ja. Irgendein RPG muss ich ja weiter behalten. Aber auf meinem Kanal wird sich bald so viel ändern. Da wird sich so viel ändern. Aha. Ja. Das... Voll gespoilert, ey. Lass dich ruhig spoilern. Ich sage dir ja nicht genau, was sich ändert. Aber es wird was geändert. Ich habe ja mit dem Spiel ja nicht gesprochen. Mir ist ja doch eigentlich so egal. Ja, ja. Weil du guckst ja eh mal Videos. Nee, echt wirklich. Wer muss man denn hier laufen, um das Ding aufzudecken? Hier. Gucken wir mal, ob die Map aufdeckt. Das kann auch nicht aufdecken. Hier ist Kupfererz. Das nehme ich erst mal mit.